...versuch verfolgt. Aber Maria Bakumova hatte noch nicht ihr letztes Wort gesprochen. Vierter Versuch, der Russin. Und sie ahnt es, der geht weit. Der geht sogar über die 70 Meter hinaus. Vor allen Dingen schnell ist sie. Ein schneller Armzug kommt hinzu. Dynamisch gar nicht mal so die kräftigste unter den Sperrwerferinnen. Und mit dieser stimmlichen Unterstützung treibt sie den Sperr auf 70,53 Meter. Der erste 70-Meter-Wurf in dieser Saison. Also Weltjahresbestleistung für die Russin. Später Lohn.